Das hier ist das vielleicht beste Preis-Leistungs-Mousepad auf dem Markt. Bei Maßen von 700 x 300 mm kostet es lediglich 15 Euro. Die Maus gleitet schön drüber entlang. Dabei besteht es aus 100% recycelten Materialien. Dank der gummierten Rückseite hat es einen sehr stabilen Halt auf eurem Schreibtisch. Die Ränder wurden so genäht, dass ein schnelles Ausfransen verhindert werden soll. Das Mousepad gibt es in den Farben rosa, lila und grau. Wenn ihr auf RGBs verzichten könnt, aber ihr eine gute Qualität wollt, könnte das Mousepad das richtige für euch sein.